Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Leutze-Tunnel. Bei Bauarbeiten stürzte ein Gerüst zusammen und begrub mehrere Bauarbeiter unter sich. Dabei kam offenbar eine Person ums Leben. Das Gerüst war im Leutze-Tunnel in Bad Cannstatt über einen Abfluss bzw. Ablauf des Niesenbaches eingestürzt. Mindestens ein Arbeiter wurde durch den unterirdischen Abfluss in den Neckar gespült. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, diesen Mann zu retten. Weitere Hintergründe sind hierbei noch unklar. Wir sind hier im Bereich des Leutze-Tunnels und zwar haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die sich am Neckar auf einer Übungsfahrt mit dem Feuerwehrboot befunden haben, festgestellt, dass eine Person im Neckar getrieben ist. Diese Person wurde durch die Feuerwehr gerettet und erstversorgt. Und kurze Zeit später wurde dann über den europaweiten Notruf 112 ein Betriebsunfall im Bereich des Leutze-Tunnels gemeldet. Bei diesem Unfall wurde eine Person tödlich verletzt, also ist tödlich verunglückt. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die leicht verletzten Personen wurden in das Krankenhaus verbracht. Bezüglich der Bergemaßnahmen für die tödlich verunglückte Person laufen aktuell umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen. Hierzu waren insgesamt auch zahlreiche Spezialkräfte der Feuerwehr im Einsatz, unter anderem die Höhenretter und auch die Tauchergruppe. Aktuell ist jetzt auch das THW hinzugezogen worden und in der früheren Phase war auch das DLRG im Einsatz. Also zu den genauen Unfallursachen und auch zum Hergang können wir leider keine Aussage machen. Dies ist jetzt Aufgabe der polizeilichen Ermittlungen, dies genauer zu rekonstruieren. Heute Nachmittag hat es ja ziemlich stark hier in Stuttgart geregnet. Ersten Ermittlungen nach ist dabei der Nesenbach so stark angeschwollen, dass er ein Gerüst zum Umstürzen gebracht hat, der sich auf einer unterirdischen Baustelle unterhalb des Leutze-Tunnels befindet. Die beiden Mitarbeiter, die sich auf diesem Gerüst befunden haben, die wurden mitgerissen. Einer kam dabei auch ums Leben. Die Bergungsmaßnahmen, die dauern auch noch an. Der andere Arbeiter, der konnte durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Mitarbeiter sowie zwei weitere Personen, die Hilfemaßnahmen leisten wollten, die wurden ja zur weiteren Versorgung ein Krankenhaus gebracht. Wir hoffen, euch hat auch dieses Video gefallen. Lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Du bist auch Videoreporter, Kameramann, Videojournalist. Wir suchen bundesweit zum Ausbau unseres Teams nach hochkarätigem Personal. Den Link zur Bewerbungsseite findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.